Es gibt eigentlich nur ein Filmfestival, das einen solchen Filmmusikwettbewerb hat, einen solch aufwendigen, auch einen internationalen, auch einer, der mittlerweile sehr bekannt ist. Ich glaube, das ist die Bedeutung für das Zurich Filmfestival. Der Stellenwert dieses Konzertes kann nicht hoch genug sein. Ich glaube, wer da drinnen sitzt wirklich, der geht raus und sagt, wow, ich komme wieder, hätte ich doch meinen Freunden gesagt, kommt auch. Man ist so begeistert, weil es nicht zu unterschätzen ist, dieses Erlebnis, Livemusik, den Film dazu sehen. Wer hat heute noch die Chance, überhaupt von einem Orchester gespielt zu werden? Das ist mein erstes Projekt mit einem wirklich großen Ensemble. Das war aufregend und cool. Das hört sich richtig gut an. Das ist nochmal was ganz anderes als auf dem Computer, wo man eigentlich mit aller Kraft versuchen muss, irgendwie ein bisschen Leben da rein zu quetschen. Das klingt hier einfach direkt viel lebendiger, viel besser. Einerseits müssen die Finalisten eine Partitur abgeben. Das braucht ein grosses Handwerk in Orchestration, Komposition, Musikpräparation etc. Und andererseits müssen sie auch ein sogenanntes Mockup abliefern. Das ist ein Audio-File mit der gesamten Filmmusik. Ich denke, Musik ist sehr wichtig für einen Film. Und ich denke, oftmals geht es unnoticed. Wenn man einen Film ohne Musik sehen würde, würde man sehen, dass es etwas fehlt. Jeder von uns hat seinen eigenen Stil. Und ich denke, jeder hat seinen eigenen Fußpunkt. Und es ist unig. Ich denke, es ist einfach nur die Geschichte von einem Film. Ja, ich habe immer gehofft, dass die anderen Bücher vielleicht nicht so viel Zeit haben. Es ist eine große Möglichkeit für mich, meine Filmschorung wieder zu beginnen. Ich denke, deine Interpretation muss auch von der Juristin veröffentlicht werden. Oder es muss interessant sein, wenn sie nicht von der Juristin veröffentlicht werden. Es ist manchmal so ein kleiner Grat, der entscheidet, wer bekommt denn nun den Preis. Also, auf behalf des Juristin veröffentlicht werden wir den Goldeneye zu Faris Badani. Bravo! 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 Und der erste Mal. Er wird sich nie auf den Lorbeeren ausruhen können, weil dafür hat er noch zu wenig gemacht. Ich hoffe, das ist für ihn der Ansporn, richtig Gas zu geben jetzt. Der erste Schritt ist eigentlich essentiell für eine болееished exactlyhursten Karriere in der Musik относ stimuliert. Bitte da! Es ist ein spezieller erste Schritt. Die Tränen kommen, dass die Spannung, der Thrill, dass alles Unbewusstsein in unserem Körper aufzubauen beginnt, dass dann ein Schnitt, ein Bild noch stützen kann. Aber Film ist 80 Prozent Musik.